In dieser Episode besprechen wir die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung aus dem Jahre 2021-1, also dem Frühjahr für Industriemeister Metall, in dem Prüfungsfach NTG. Wir werden alle sieben Aufgaben systematisch nacheinander besprechen, sodass alle Fragen inhaltlich geklärt sind, um bei einer späteren Prüfung auch sicher und gut vorbereitet zu sein. Viel Spaß damit und gutes Gelingen!